Man braucht solche Geschäfte nicht. Solange es Internet gibt, wie oft soll ich das sagen, wenn einer Haus kaufen will, dann bestellt er es über das Internet. Ne, da geht er rein, ich will ein Haus kaufen, www.de.com.net. Dann kriegst du von Neckermann, von Quelle, sogar noch von Quelle, Fertighäuser. Für 50.000 Euro. Du kriegst im Internet alles. Und warum? Weil jedes Geschäft hat seine eigene Homepage. Mediamarkt genauso. Ich kann sogar bei meinem Palm Pre etwas bestellen. Im Beispiel, du brauchst jetzt die Druckerpatrone, okay? Dann gebe ich Lexmark, das Modell, und ich tue dann Abcheck und abrufe, wie lange die brauchen. Ich sage immer die Preise, ob Versandkosten, es ist sogar Versandkostenfall. Übers Internet kann man einkaufen, sogar Lebensmittel. Lebensmittel ist halt, da musst du halt, früher hat das Schlecker gemacht, glaube ich, Schlecker. Schlecker hat verkauft, Sachen, die halt nicht verdorben waren. Im Beispiel 200 Gramm Schenk oder 200 Gramm Salami, nicht. Aber ein Duschmittel, eine Seife, ein Parfum, den ganzen Bestand, was sie haben, haben sie damals, war Schlecker, war einer, war der Einzige, die dann untergestanden sind, haben dich vorher dann, die brauchen halt eine Rufnummer, ist klar, und dann eine E-Mail, damit sie sagen, wo sie wohnen, und dann über das Internet. Du brauchst nicht mal zum Klobus, was habe ich beim Klobus, habe ich frische Leberkäse? Das habe ich gegessen. Gut, das kann ich über das Internet nicht machen, diesen Service. Und den Latte Macchiato, den wir bekommen haben, den kriege ich über das Internet zwar auch nicht, aber ich kriege über das Internet die selbe Maschine, die versucht hat zu verkaufen. Also, das war eine Bosch, und ich kriege sie ins Internet für 300 bis 400 Euro billiger. Es ist halt noch mal so. Das ist der neue BMW. Ja, meine Damen, meine Herren, ich habe mal wieder Lust bekommen zu filmen, weil ich kenne jetzt meine neue Handykamera, die Palm Free, immer besser, schon zu 100 Prozent. Nein, zu 95 Prozent, weil die 5 Prozent muss ich noch, wenn ich Zeit habe, mir Zeit nehmen, weil die Kamera, das ist ein Geschoss halt. Ich werde wahrscheinlich mit der Panasonic nicht mehr filmen, weil die Panasonic ist ein zu aufwändiges Geschoss. Und diese Palm Free mit Flatrate, mit Telefon, alles drum und dran, das wird wahrscheinlich, wir sind hier in Mühldorf, im Globus, jetzt gehen wir, wahrscheinlich gehen wir tanken. Gehst du tanken? Ich habe schon lange keine Filme mehr aufgeladen, weil es halt noch mal so ist. Ja, und ich bin auch schwer beschäftigt. Oh, ein Porsche Cabrio. Hoffentlich bekomme ich es in eine Kamera rein. Ja. Ein Auto für 150.000 Euro, Porsche Carrera Cabrio. Ja, mein. So, an alle meine lieben Freunde, YouTuber, ich habe schon lange nicht mehr gefilmt, habe ich schon gesagt, aber der letzte Film, den ich raufgeladen habe, war im November 2009 und... Ja, ich, ähm... Was soll's? 1. April 2010, Ostern vor der Haustür. 1. April 2010, Ostern vor der Haustür. Ja, aber ich lebe noch. Ich habe mich kaum verändert. Ja. Nur ein paar Kilo zugenommen. Ich war dieses Jahr im Krankenhaus in Mühldorf, zwei Wochen lang. Ja. Und durch das, dass ich halt im Krankenhaus war dieses Jahr, war ja ein bisschen, sagen wir mal, demoralisiert. Ja, gut, ich meine, was soll ich denn auch machen, bei welchen schon kranker... Aber ich muss eins dazu sagen, Mühldorf, das Kreiskrankenhaus Mühldorf, das ist... Also, wenn man krank wird, dann sollte man da hingehen. Der Service war einfach super. Ich habe mich von morgen bis abends voll gefressen. Wirklich. Und der AOK, danke, tausend Dank, dass die alles bezahlt. Nicht alles. Ich muss... Für die zwei Wochen muss ich 300 Euro zahlen. Ne? Aber ansonsten, das Kreiskrankenhaus Mühldorf ist einfach super. Ich finde es super. Jetzt erzähle ich euch, warum ich im Krankenhaus gelandet bin. Ich bin Diabetiker, zuckerkrank. Aber nicht zu 100 Prozent, weil meine Zuckerwerte zu gut sind. Ich hatte über 900, so wann war das, im Januar oder war das im Februar? Gut Februar, ich bin zu meinem Hausarzt gegangen und habe zu ihm gesagt, ich fühle mich nicht wohl. Dann hat er mir eine Magenspiegelung gemacht und hat mir das Blut abgenommen. Am nächsten Tag hat er mich angerufen und sagte zu mir, ich sollte sofort ins Krankenhaus gehen, weil meine Zuckerwerte zu hoch waren. und mir war es auch am nächsten Tag so schwindelig, ich war halberblend und so. Also das muss ich schon sagen, ich habe mich so gefühlt wie hinter dem Mond. Ich habe von zu Hause bis zum Bahnhof Waldkreiberg so lange gebraucht, mir ist es so ewig vorgekommen, weil es mir nicht gut ging. Und dann bin ich mit dem Zug bis nach Mühldorf und dann von Mühldorf am Bahnhof ins Krankenhaus gelaufen, aber unter einer Voraussetzung, das war wirklich katastrophal. Hier noch einmal der Porsche. Ja, wie gesagt und dann hat man mich im Krankenhaus durchgecheckt. Ich war drei Tage lang in so einer Spezialabteilung, alle beide Arme waren voller Schläuche. Da hat man mir Kochsalzlösungen gemacht. Also hektoliterweise bis der ganze Körper entgiftet war und bis das insolidiert. Also jedes Mal, wenn ich einen Opel Kadett gehe, gehe ich es ewig ab. Sieht man das Auto? So einer? Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Ach, fangen, cool. Nicht so wie normalerweise. Ah, da vorne ist der Porsche. 150.000 Euro Auto. Porsche Carrera Cabrio. Mit 450 PS. Ja. Auf jeden Fall. Zwei Wochen war ich im Krankenhaus. Vier Tage in so einem Spezialzimmer. Und dann die restlichen Tage im gewöhnliches Zimmer mit gewöhnlichen Patienten. Wenn ich euch alles erzähle, was da vorgefallen ist. Aber es war schön. Ich bin total übermüdet, weil es werde ich so beschissen. Ja, Autz, Talma Pai, Helwig, Christoph, Al Pacino und alle anderen aus YouTube. Ich bin wieder da. Bis zum nächsten Mal. Um, 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 um.